Was geht ab, meine Sieg, weiter Hose dir und in Dragon Ball Legends ist nun Broly erschienen. Sowohl der Free-to-Play-Broly, den ihr auf dem Schirm sieht, als auch der Super Saiyan-Broly, für den man Summonen kann. Freunde, wir werden uns dementsprechend alle Informationen und Details heute ansehen, werden dann auch noch Summonen im Anschluss. Aber lasst uns mal ganz kurz gucken, was denn in Legends abgeht und zur Frage uns stellen, wo ist Gogeta. Denn nur Broly ist aktuell online, Freunde, und vielleicht wird das sich jetzt komisch anhören, aber ich werde es gleich, beziehungsweise gleich näher drauf gehen und euch sagen, wie ich das meine. Versucht nicht komplett all out zu gehen im Broly-Banner. Warum? Weil vielleicht könnte noch ein Gogeta Blue folgen. Wie komme ich drauf? Folgendes, Freunde. Die aktuelle Broly-Celebration, wir haben 9 Superlogin-Bonis, beziehungsweise Teil 2 hat jetzt davon angefangen. Und diese geht bis zum 21. Dezember. Also von heute bis zum 21. Dezember bekomme ich sehr gute Sachen, wenn ihr euch einloggt, das könnt ihr euch gerne mir abchecken. Und am 21. Dezember, Freunde, das ist dann quasi Christmas-Begin, Weihnachten-Begin, könnte vielleicht sein, dass dann noch ein Gogeta Blue kommt oder ein Sparken Gogeta, weil ein Sparken Gogeta fehlt noch. Broly ist nur alleine gekommen. Deswegen, schau mal auszuweg, geht nicht komplett all out, damit ihr zumindest noch Summonen könnt, falls ein Gogeta kommt. Falls ihr dem kein Glauben schenkt oder sagt, ja du, das ist ja reine Spekulation mal wieder, gebe ich euch recht. Alles berechtigt, Freunde. Aber selbst dann würde ich sagen, wartet noch ab, weil das Broly-Banner an sich ist, glaube ich, gucken wir gleich an, bis Ende Januar oder so online. Jedoch, im Umkehrschluss ist halt die Sache, es gibt noch ein Special bei diesem Banner, nämlich, bis zum 17. Dezember, also das Banner selbst, das komplette Broly-Banner, fangen wir erstmal so an, ist ab heute online bis zum 31. Januar, Freunde, das ist bis Ende Januar. Da ist das Broly-Banner online und da gibt es auch Dailies und so, da könnt ihr jeden Tag euer Daily raushauen. Aber, da gibt es quasi einen Clou, nämlich, ist folgendes, ab heute bis zum 17. Dezember, 7 Uhr morgens, bekommt ihr, das ist quasi ein Extra-Summon, das gucken wir uns gleich an, bekommt ihr aus diesem Summon 999 Siegkräfte von Broly, wenn ihr natürlich ihn zieht, statt 600 aus dem normalen Banner. Das normale Banner ist bis Ende Januar, aber dieses, ja, wo ihr 999 Siegkräfte von ihm bekommt, das ist bis zum 17. Dezember online. Dementsprechend würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, zum einen, na klar, Summon hier, Summon in dem Banner, das bis zum 17. Dezember online ist, wo ihr 999 Siegkräfte bekommt, wenn ihr Broly zieht. Wenn ihr da aber Glück habt und 2 zieht, sag ich mal, relativ früh, dann reicht das. Dann habt ihr schon auf 3 Sterne, weil ihr eben 999 Siegkräfte zieht. Weißt du, was ich meine? 5 Sterne wären auch geil, dann müsst ihr, glaube ich, noch einen weiteren ziehen. Das heißt, wenn ihr im Idealfall 3 Brolys zieht und gut weg seid, dann dämpft das runter, Freunde. Dann müsst ihr nicht komplett all out gehen, um ein bisschen vielleicht im Hinterkopf zu behalten, dass eventuell noch am 21. oder später noch ein Goeta Blue kommen könnte, denn dieser Broly ist ja quasi keine Christmas Celebration, sondern zum Filmstart ist er online gekommen. Ist eine Crossover-Beschwörung, um es so zu sagen. Das zum Broly-Banner selbst. Dann, wie bekommt man den Free-to-Play-Broly? Freunde, es gibt ein Story-Event und es gibt ein Rising-Battle. Aus dem Story-Event, by the way, sowohl der Sparking-Broly, der Free-to-Play, als auch der Summler sind wirklich sehr gute Units. Der hier ist quasi der Free-to-Play, ist vom roten Typus. Er ist wirklich auch gut, also eine starke Unit. Coole bei ihm ist, dass man ihn quasi, wenn man ihn austauscht, er Charaktere der Kino-Episode, Kino-Version-Saga boostet. Heißt, ihn kann man auf jeden Fall mit dem Summler-Broly zusammenspielen. Jedenfalls bekommt ihr diesen Broly einmalig aus dem Story-Event aus Stage 3. 100 Siegkräfte bekommt ihr da einmalig und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Sparking-Broly. Das ist der, den ihr im Hauptbildschirm gesehen habt. Weitere Siegkräfte von diesem Broly könnt ihr euch aus dem Rising-Battle-Event farmen. Das gucken wir uns gleich alles an. Aber aus diesem Story-Event hier bekommt ihr dann quasi die aufsteigenden Seelen, die ihr braucht, um Broly leveln zu können, sag ich mal. Und hier gibt es die Ausrüstungen. Außerdem wurden Missionen hinzugefügt, könnt ihr euch gerne abchecken. Da gibt es auch gute Kristalle abzustorben. Und im Rising-Battle eben, das funktioniert folgendermaßen. Ihr macht diese Stage, ihr fängt bei Level 1 an. Wenn ihr die schafft, kommt ihr zu Level 2 und dann Level 3 und so und so fort. Und immer wenn ihr diese Stage schafft, dann werden die Gegner immer stärker. Bis zu dem Punkt aus, wo ihr dann quasi auch nur, wo wir nur Heroes und oder Extreme-Charaktere nutzen dürfen. Also da bin ich echt darauf gespannt, wie fordert das Ganze sein wird. Ist auch bis zum 31. Januar online. Und wie gesagt, aus dem Rising-Battle könnt ihr euch weitere Siegkräfte erfarmen. Aus dem Story-Event droppt nur einmalig 100 Siegkräfte und die weiteren bekommt ihr dann hier, damit ihr den Limit breaken könnt. Genau Freunde, dann gucken wir uns ganz kurz mal die Mission an, die hinzukommen. Gucken wir uns ganz kurz die Story-Stages an, damit ihr das wo was droppt. Und dann hauen wir heute noch vorerst nur 3 Multis raus. Warum 3 Multis denn? In den Tagen wird auf jeden Fall noch ein Duel zusammen folgen, Freunde. Haltet auf jeden Fall die Augen offen. Ähm, da tun wir, die restlichen Kristalle hebe ich dann quasi dafür aus, auf. Wie gesagt, Missionen checkt ihr am besten ab. Das ist von den Story-Event-Stages, da gibt es gute Kristalle zu holen. Ihr seht schon hier die ganze Zeit 100 Stück, wenn ihr die Ausrüstung holt, die 50 Stück und so weiter und so fort, Freunde. Von dem Rising-Battle ebenso. Apropos Rising-Battle, gehen wir mal rüber in die Event-Section, um es nochmal klarzustellen. Hier, in den Story-Tab, das ist das Story-Event, Freunde. Hier aus Stage 3, Abschnitt 3, droppt einmalig. Das ist nur ein einmaliger Job. Erste Belohnung, 100 Siegkraft Broly, dann habt ihr ihn, dann könnt ihr mit ihm spielen. Weitere Siegkräfte bekommt ihr hier nicht mehr. Aus diesem Event bekommt ihr weitere aufsteigenden Seelen, aber die könnt ihr farmen. Aus den ganzen Stages, die hier sind, könnt ihr gerne mal alles spielen, auf jeden Fall. Die letzte Stage ist, by the way, gegen einen Sparking Gogeta, Freunde. Balesform, der sieht übertrieben cool aus. Hier gibt es dann für das einmalige Clean, ähm, 50 Kristalle. In den Stages davor, wie gesagt, gibt es dann die aufsteigenden Seelen zu holen. Genau, und die Ausrüstung natürlich. Weitere Siegkräfte, wie gesagt, bekommt ihr hier bei der hohe Schwierigkeit-Section. Da ist nämlich das Rising-Battle von Broly Online. Ich habe Battle 1 schon gemacht. Wenn ich jetzt Battle-Zeit schaffe, dann kommt hier keine weitere Sage hinzugefügt, sondern diese ändert sich auf Battle 3. Der Charakter wird stärker. So funktioniert das Ganze ab einem gewissen Zeitpunkt kann man dann quasi nur, wie ihr es in den Infos stand, ähm, und oder Helden oder Extreme-Charakter, also Hero oder Extreme-Charakter benutzen. Und hier erfahrt ihr dann quasi, Freunde, eure Brolys, die Siegkräfte vom Broly. So, viel zu den Story-Events. Wie gesagt, jetzt kommen wir mal zum Summonen. Hier, Freunde, das ist das Summonen, was ich meine. Das ist bis zum 17. und 12. sieben Uhr morgens online. Wenn ihr hier summont, bekommt ihr 999 Siegkräfte. Also würde ich euch empfehlen, in den nächsten Tagen hier zu summeln. Summonen nicht auszusehen hier, weil hier gibt es nur 600 Siegkräfte. Hier macht ihr natürlich eure Dailies, das ist bis Ende Januar. Aber in den nächsten Tagen, Summonen hier. Und wie gesagt, im Hinterkopf behalten, geht nicht all out. Das Banner selbst, wenn ich ganz kurz in die Infos-Section kurz wieder hoppen darf, und dann summen wir auch gleich, Freunde. Sorry, aber die ganzen Infos, die müssen auf jeden Fall mal gedeckt sein, damit jeder davon erfahren hat. Nämlich das Banner selbst. Es geht, es geht. Broly ist wirklich sehr solide. Und, Freunde, Broly hat ähnlich wie Charlotte eine Transformation, nämlich durch die Hauptfähigkeit. Wie krank sieht denn das aus? Dann wieder zu diesem Broly. Ist wirklich eine astreine Karte. Die Broly ist wirklich sehr, sehr gut. Außerhalb von dem neuen Broly gibt es noch im Banner Featured quasi als Spartan-Charakter. Diesen Broly hier kann man noch mitnehmen, sage ich mal. Goku Base hat einen Buff bekommen. Kann man auch mitnehmen solide. Kudat hat auch einen Buff bekommen. Kann man auch mitnehmen, ist auch solide. Und dieser Super Saiyan Goku ist echt gut. Also dieser Super Saiyan Goku und der neue Broly sind wirklich, glaube ich, so, wenn ich es einfach sagen darf, die zwei Units, die echt gut sind in dem Banner, der Broly und die anderen, die sind auch nicht schlecht. Aber ja, ich weiß, jeder Charakter in Legends kann stark sein, etc. Je nachdem, wie man spielt. Jedoch auch da kann man selektieren, wer gut ist und wer nicht, sage ich mal. Und das Banner an sich gilt, Freunde. Wie gesagt, das kann auch wirklich so ein Banner sein, wo man will, dass man komplett all out gehen will. Ich fange mal nebenbei langsam an. Wir machen uns mal warm. Ich habe noch nämlich alle Dailies und einen garantierten Sparken haben wir auch. Machen wir uns gleich warm, Freunde. Dann hauen wir drei Mutis in den neuen Broly-Banner raus, wie gesagt. Heißt, das kann auch quasi so ein Banner sein mit dem Broly, wo man will, dass man all out geht und dann boom, eine Woche später, wie gesagt, zum 1.12. eventuell. Ja, es ist nur eine Spekulation von mir, Freunde. Das muss nicht direkt dann sein. Aber ich rechne stark, dass auch ein zweiten Gorita vom Film folgen wird. Dass dann Gorita droppt und gehe, siehe da, man hat keine Kristalle mehr. Wisst ihr, was ich meine? Nur so im Hinterkopf bleiben, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neulich seid, und euch das Ganze gefällt, wie gesagt, dann lasst auch ein Abo da, Freunde. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall. Und über jede bin ich dankbar, wenn ich nicht stottern würde die ganze Zeit vor lauter Hype. Okay, okay. Ihr merkt schon, das lag ein bisschen. Das Game ist auch gehypt. Das Game ist auch gehypt von Broly. Machen wir uns, wie gesagt, ein bisschen warm, Freunde. Hauen wir mal kurz die Dailies raus. Am Ende haben wir noch, wenn alles schlecht läuft, einen gradentierten Sparking. Das merken wir uns mal. Hauen wir noch in Bardock ein Daily raus. Da machen wir den ersten Multi im neuesten Banner von Broly. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, Freunde. Wenn ihr natürlich Summonen werdet, ich schaue euch allen natürlich die Daumen. Hoffentlich zieht ihr den neuen Broly, der ist wirklich echt insane. Ist so ein Lila-Typus. Und mit der Transformation ist geil, oder? Das ist wirklich jetzt geil. Da können sehr viele Charaktere kommen, die eine Transformation jetzt quasi haben, diese Mechanik. Ich würde ungern Animation skippen, weil es gibt eine neue Animation. Vielleicht kommt das ein oder andere, aber hier sieht es nicht dementsprechend aus. Nope, nope. Okay, langschau. Alles klar. So, Freunde. Gehen wir. Gehen wir. Oh, wir haben noch ein paar Dailies, oder? Ja, die machen wir zwischendurch. Die machen wir zwischendurch. Also, Freunde. Erste Multi. Wie gesagt, hier Summonen. Die Dailies von hier haue ich auch noch raus. Aber hier die Multis machen. Wegen den 99 Zielkräften. Und die Raids sind, by the way, gleich. Ja, sind 1% wie immer für die Sparking-Charaktere. Alles klar, Freunde. Let's go. Erster Multi. Wie gesagt, wir halten den Ball noch flach. Ich hab zwar 15-Krack-Pistalle, aber wir hatten den Ball noch flach, weil noch ein Dulz am Folgen wird. Die Tage hat er auf jeden Fall ein Auge offen. Wie gesagt, auf dem Channel. Und ansonsten geht es jetzt los. Uh, garantiert Sparking. Tau, bye, bye mit dem Drive-by. Tau, bye, bye mit dem Drive-by. Also, 1-Krat in 2-Krack, da haben wir. Gold, die Stille. Uh, die Super-Szenen-Gang. Das ist auch neu. Dass man Super-Szenen geht, während der Animation. Und, okay. 1-2-Krack da haben wir, Freunde. The Legend of the 1. Spaten-Karakter. Welcher wird es sein? Da bin ich echt drauf gespannt jetzt auf jeden Fall. Reku Mourinho. Ich hoffe, das Ganze lag nicht allzu sehr. Weil ich sehe da ein bisschen, dass es ein bisschen Probleme macht. Aber ich hoffe, alles geht in Ordnung. In unserem ersten Multi-Im-Broly-Banner. Und 1 Spaten-Karakter haben wir auf jeden Fall. Oh, okay. Okay, cool. By the way. By the way. Ich hätte euch eigentlich zeigen sollen, das Artwork von Broly. Das Artwork von neuen Broly. Das ist richtig geil. Das Artwork ist richtig geil vom neuen Broly. Gucken wir uns das gleich mal an, Freunde. Ah, okay. 1-2-Greiter-Kruda nehmen wir auf jeden Fall an. So ist das nicht. Ah, vier-Stellen-Essenz. Okay. Okay, ja. Kuda nur Her mit dir. Das war schon High. Das war schon High für den Anfang. Wir wollen den Ball... Ähm, Ball... Fafafafaf. Wenn ich reden könnte legit von Laute. Tut mir leid, dass wir sind so soft. Das war sind so oft. Ist auch ein bisschen früh in dem Morgen und so. Was heißt, morgen ist schon ein bisschen vorangeschritten. aber seid ihr früh bisschen wach auf druck und gab es ja auch richtig gute news et cetera könnt euch gerne alles abchecken aber schaut euch das auto an bitte mit vegeta und goku blue like pd richtig geiles auto auf jeden fall aber von dem rage brulee können wir das uns ansehen ganz kurz freundlich ganz kurz dann machen wir gleich weiter wo können wir das die switchen ich glaube der irgendwo sollte das gehen irgendwo soll das gehen schätze ich auch ich denke aber der e-mail ist wahrscheinlich in den land sehr freundlich auch gehst du schon rüber machen wir hier noch mal ein daily raus müssen wir müssen langsam machen also allzu lang wie ich das video nicht hatten aber die idee ist auch noch groß habe ich mir quasi aufgehoben mehr oder weniger für das video ich hoffe es bringt was wenn ich dann nicht mal ja kommt es gibt mir das mal es gibt mir das alles kopf also die animation nicht dass es zu lange dauert wenn ich merke vielleicht kommt dann lassen wir das wenn nicht dann mit das es gibt haben noch hier ein raus freunde weil dann haben wir nachdem und die nachdem wir gleich den wir gleich machen werden dann noch mal zwei dailies mehr oder weniger ein daily und ein grad grad ins button ticket und dann haben wir das ein bisschen spontan heute gedreht ich hoffe das geht in ordnung mit dem sammeln der ging aber der hat es aber eilig gehabt und ja der wollte nämlich in schausel ziehen zweite multi im brulee banner let's go zweite multi im brulee banner und wie gesagt ganz oben zusammen bis zum 17 jahr ja nicht verklicken freunde hier kann man gehört sein nur ein multi machen aber das ist gott zu lang aber kann man nur mutig machen indem man dann 990 kräfte von brulee ziehen kann heißt ja hoffentlich verklickt sich niemand oder vertippt sich niemand fünf pots alle erst mal eine neue animation hast du mir eine neue animation das war geil nein heute nicht heute ende das war geil ne also beim ziehen zu passen geworden sind das war nämlich eine neue animation okay fünf pots aufnahme fünf pots aufnahme wow fünf pots aufnahme da hatte ich schon hoffnung bin ich ehrlich okay nein nein blu dreck blu dreck jetzt sehen wir nicht was sie gesammelt haben muss in die historie gucken oder was also ganz ehrlich total unlucky das ist so das ist so bitter jetzt einfach nachgucken sowas gezogen hast wo ist das hier beschirmungsverlauf wenn ich jetzt überlegt mal dass das ne ja ich wusste es wir haben ihn gezogen wir haben ihn gezogen wir haben ihn gezogen wir haben ihn gezogen aber oh mein god glück im unglück einfach wir haben es einfach nicht gesehen aber wir haben ihn gezogen glück im unglück das ist jetzt aber richtig bitter aber auch ich kann mich nicht beschweren habe ich ihn gezogen wo ist er ich sehe ihn nicht wir haben ihn gezogen freunde tatsächlich warte mal was 999 siegkräfte sind direkt drei sterne ja lol lol na klar, na klar, na klar, na klar, na klar, 99 siegkräfte sind natürlich ich habe was wenn man ihn zweimal zieht hat man direkt 4 sterne oder was also ich habe es vorhin am anfang falsch erklärt aber wir haben ihn direkt gezogen krasser shit krass glück im unglück gehabt einfach, like legit glück im unglück boah sieht das krank aus glück im verdammt nochmal unglück ja wie kann ich jetzt sehen wie der aussieht wenn es gerade so mit hier barm nackt verwandlung ah ok doch nicht, hast du keinen bock heute oder was wie bitte, ich kann Artok nicht sehen nach der verwandlung oder wie sieht das ganze hier aus wahrscheinlich triggert das einige von euch, weil ich es jetzt nicht aufpoppen kann ja aber ganz ehrlich, ich sage mal total glück im unglück dass es gecrashed ist, aber wir haben ihn einfach gezogen wow krass, zeit der multi krank 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 naja, Freunde, dann hauen wir noch das hier flach und dann auf jeden fall eine gratte ins parken und dann schießt du mit einem multi ab und ich hoffe ich hoffe wisst ihr was ich meine, ich hoffe das schützt sich ab lasst uns das zu einem groupstar machen, Freunde lasst uns das zu einem groupstar machen, ich wünsche euch auf jeden fall sehr sehr viel Glück ihr wisst wie das ganze läuft ich zähle gleich rund eine 3 zu 1 im pullscreen und dann lasse ich auf jeden fall wissen was ihr gezogen habt seid in den kommentaren, auf youtube, twitter, discord, instagram könnt mich gerne wissen, alle linken sind in der beschreibung und dann lasst uns hier daraus zum groupstar machen ich hoffe ich kann mein glück wie immer weitergeben 3 zu 1, go es war legit glück im unglück, was soll das wow kriegst du nicht, also natürlich, ich freue mich, so ist es nicht aber wäre natürlich geiler, wenn wir ihn dann direkt beim mit der animation hätten aber gut, aber gut, zeit hermutig ich kann mich auf jeden fall nicht beschweren bin auf jeden fall gepulst, auf jeden fall sehr cool hier an der stelle bevor ich zu viel auf jeden fall sage lasst uns unseren garantierten sparking ticket raus und dann machen wir noch zum abschluss einen multi, Freunde, heute drei mutlis haben wir gemacht die tage, wie gesagt, folgt noch unter uns zusammen darauf könnt ihr euch auch auf jeden fall freuen so, bekommen wir noch eine sparking animation wenn nicht, skippe ich das ganze ja, könnte vielleicht noch sein, dass wir bloß in drei goku kommen oh, okay ich glaube, ich glaube, das war ein bait ich glaube, das vielleicht ist aus dem bait resultiert der Broly jetzt kann ich nur spekulieren oder der ist einfach so direkt gekommen weil wir hatten ja fünf pots und haben verloren das war's was, wo sind wir eigentlich in dem Banner? ah, okay, Piccolo, ja klar, schon mal gepflegt zur Seite, mein Freund anyway, Freunde, anyway letzter Mutlis im Broly Banner für heute ich wünsche euch auf jeden fall noch sehr, sehr viel Glück wenn ihr summen werdet wie gesagt, bis zum 17.12 und könnt ihr hier auf jeden fall summen, 990 Siegkräfte kann man auf jeden fall mitnehmen und ja, legit der Job direkt als drei Sterne wenn man noch eins zieht dann ist er, glaube ich, knapp vor fünf Sterne ja, heißt trotzdem, wenn man bis zu drei zieht wäre es auf jeden Fall geil Halt, stopp! wow! wow, wow, wow machen wir mal langsam ey, wir haben noch einen Spartan-Charakter wir haben noch einen Spartan-Charakter ok wir haben in jedem Multi einen Spartan-Charakter gezogen das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut welcher würde es aber hier sein? ok, Senosa Junior Piccolo ey, jetzt bin ich gespannt ich hoffe, das schützt sich ab, ne? deswegen mach ich grad ein bisschen langsam und mit dem Finger mit dem Finger mit dem Finger oh, was? Double? nein, es schützt ab also echt, sorry, Freunde das ist mir noch nie passiert mit den Blue Stacks aber ab heute ist es Blue Dreck das es abschützt das ist mir noch nie passiert in Summon keine Ahnung, ob das die weiß auch gehypt ist von Broly oder was da abgeht aber gerade, gerade beim zweiten Sparking ist abgestürzt der zweiten Sparking war aber Son Goku, ok die zweite Sparking war Son Goku, Freunde tut mir leid es war ein bisschen komisch jetzt auf jeden Fall ich hatte zwar Glück im Unglück aber so fürs Zuschauen ist es vielleicht ein bisschen komisch gewesen wir haben ihn zwar gezogen im Endeffekt aber kam vielleicht komisch rüber tut mir leid wegen den ganzen wegen den technischen Problemen will ich es mal sagen ich hoffe es hat euch trotzdem dennoch gefallen wenn ja gebt den ganzen Like wie gesagt wir haben ihn Gott sei Dank ziehen können ich wünsche euch euch noch sehr viel Erfolg im Banner und sehr viel Glück wenn ihr uns haben werdet bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal Peace